In der Zusammensetzung, was ruft mich denn der Heinrichs an? Alter, ich... Dennis, hallo. Okay, Dennis sagt mir gerade, ich habe vergessen, laut zu machen. Wer knopft denn da? Sag mal, mach ich hier eine Fernsehsendung oder ist das denn Umbau? Beruhig dich mal bitte, Colin. Gott, ja, danke Dennis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Donnerstagabend auf dem Sportkanal. Aufschlag zum Hallen-Tennis in den USA. Pete Sampras verteidigt seinen Titel gegen Ivan Lendl um 19 Uhr. Um 21 Uhr der europäische Skibericht unter anderem mit alpinen Wettbewerben und Freistilen. Eine Stunde später ein Blick zurück auf die erste Hälfte der argentinischen Fußball-Saison. Im Moment führen die Newell-O-Boys knapp vor dem Titelverteidiger River Plate. Sehen Sie, wie es dazu kam. Um Mitternacht dann die letzten beiden Spieltage des Scherzen-Lehmann-Open-Golf-Turniers. Tennis also um 7 Uhr, der Schiebericht um 9 Uhr, Fußball eine Stunde später und Golf um Mitternacht. Der Donnerstagabend hier auf dem Sportkanal. Der Donnerstagabend hier auf dem Sportkanal. Um halv 6 Uhr ist es Zeit für die Grote in den Snooker auf der Humo Masters. Sportnet, mehr Sport, mehr Keuze. Sportnet, Sportnet ist etwas besser.